1, 2, 3 Einer fehlt mal Ja einer ist bei mir hier Achso fehlt Ohi Den hab ich Im Haus, im Haus Kiebt sich unter dir, hinter dir Ja einen hab ich, hab ich Dann müsste ja noch einer werden Oh Ja der kommt oben getroffen Ah schön Jo, ich komm so zu dir Alter was mit denen? 8 zu 0 Vorwärts, vorwärts Ich hab mir grad ein Kühles Blondes aufgemacht Hab ich mir Weil hab ich kaputt gemacht Ich hab auch einen kaputt gemacht Wenn nur einer Ähm Glaub ich brauch mal Und wo gehen wir in die Hand? Ja Die da gleich Gleiche Teams Intim links, Intim rechts Wirksagen Ähm Mami So wir haben ja keinen Mami Okay Ja Äh Jo Oh Was war das? Genau Ich war nicht mal unten auf dem Boden Der ist schön Der ist schön Rechts Jaja Den Meinst du nicht ein bisschen dichter? Weißt du es nicht Ich bin den Oben muss passen Mhm Gehen wir hier Gegenüber hoch Ja Oben drin sitzen sie Einer an der Oben Und inspekt tot Warum ich den retten Ja genau Reinig kommt zu dir Ich spawne bei der Spawnbuck Ich spawne bei der Spawnbuck Ja Mhm Wo war der? Ober? Also Drei Mann sind doch Ja jetzt Sind es wieder drei Die sind alle oben Ach Jetzt kam von unten einer Ach Jetzt kam von unten einer Nein nicht Die kommen zu dir Oder auch Ne Ah ok Die M kommen ist einfacher Für die Für die Ach scheiße Rauch Rauch Ja genau Willst du gleich mit ihm mal runter Alle? Oder Einzelig jetzt runter Ja Ein Hapig Hier saß im Raum drinne Da ist noch einer hinter dem LKW Schweren Wie sieht das aus Mit der Spawnweg Ist das Ja Die haben sie gefunden gerade Ah scheiße Von hinten rein? Kommst du nicht Also 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 Viel zu früh Ja Was Ihr bist Bein Mann sind weg Klette Komm zu dir Einen hab ich Einer ist noch der Zwei hab ich Zwei hab ich Sehr schön Sehr schön Zwei Mann kommen von links Einer geht ran Zwei sind dran Oh nein Zwei Mann oben drin ja Komm mal ein Ticket haben wir noch Ja Na ja schade Na ja War ein Witz Na ja Kommt die Rückrunde oder? Mh Mh Ach scheiße scheitert oberhalb oberhalb beziehungsweise die tux mache ich vorne an der mauer in einer donnes ich lasse ihn bei ump lasse tun die tux stelle ich vorne hinter der mauer ein paar meter noch weiter vor ja hier ist ein medikit ja bestimmt von links kommen oder es war rauchmäßig kann eine ablenkung naja einer seh ich schon von rechts ja rechts wird auch eingenebelt jetzt nebeln sagen wir mehr ich bin da rechts hinter der mauer sind sie hier bei mir ja ist klar ja und mich noch gleich hinterher ja 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 ist klar das heißt doch ich bin tot wovon einer dran Achtung! der fein hat das einsatzziel schade gemacht äh Vom wo denn bleibt hier auf ehemale tot schade Ach, die sind oben im Haus, oh, drinnen. Klar. Die anderen haben auf jeden Fall geübt, mehr wie wir. Ja, alle sind oben drinnen, aber haben sie nicht kaputt gemacht? Wie ist denn das jetzt, können wir jetzt trotzdem noch weiter angreifen, oder? Wenn du oben bist, ja, kannst du die Tickets wegnehmen. Die sind doch noch zu dritt oben, macht die kaputt. Ja, ist der da oben im Haus drinnen. Wohin mit der Scheiß-Einkommen? Äh, mit dem, mit der Barker. Ziemlich weit vorne eigentlich. Jetzt springen sie gerade runter. Achtung, ich hab' nen Fein, ich hab' nen Sniper, ich hab' nen Gesicht, oder? Nee. Drei Mann sind runtergesprungen jetzt, auf jeden Fall. Ich komm' jetzt auch runter. Krieg mal, ich die sehe hier. Hier ist schon einer, hier ist schon einer. Ah, natürlich trifft der mich von oben. Hier ist ein Mail-Kind. Also ich guck' vorderen Eingang. Ich bin hier rechts hinten in meinem Eingang. Ja. Wow, ja, zwei Mann vorderen Eingang. Ah, toll. Wir haben uns Spawnpunkt draußen. Oder ist das unsere? Das ist unsere, glaub' ich, oder? Nee, draußen? Nicht. Och, wieder bitte beretzen, wa? Also... Ey, läuft hier ne hinter der rückten Zone, oder nicht? Irgendwie, ja. Naja... Vom Prinzip ja schon. Hier, Tinky, 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 Tinky! Ja, 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 ich muss nachladen. Oh. Genau. Ah, zwei, hab' ich. Einer ist doch nach draußen. Elf Tickets haben sie nur. Bombardier-Trainier. Und da hinterm Container, Tinky, wo du grad kommst. Genau, da hat er noch rum. Wow, wow. Oh, von beiden Seiten. Keine Chance da runterzukommen gerade. Ja. Äh... Er ist... Schön, alle daunt. Jo. Ja, ist wahr. Alter, die haben definitiv geübt. Kannst du keinem erzählen. So gut, wie die die Map kennen, haben die dazu gespielt. Aber aufpassen tun sie mir wirklich. Was war das? Nein. Ich bin dran. Oh. Oh, das ist ein dritte Selbstmord. Hier ist der Mediket, Mann. Hier ist der Mediket, Mann. 30 Fuß. Er wurde geritzt. Das ist so ruhig hier, wa? Die Ruhe vor dem Sturm. Ich denke, das ist scheiße, dass wir beide auf dem gleichen Fleck sitzen. Ja, ich bin ja auch schon wieder oben runter hier. Nein, ich bin down. Der Trenner, der Trenner, der Trenner! Ich bin tot. Treppe runter hier fallen, cool. Die retten sich wieder gegenseitig. Ist immer noch einer drin im Haus. Den hier drin war, den hab ich. Ich hab die Spreng. Oh. Hier ist das Medikin. Wir haben eine Sprengladung eliminiert. Wir machen das aber super spannend, Jungs. Hier ist dein Medikin. Wir machen das mit einen Rücken. Wir machen das mit einen Schmerzen. Wir machen die Spreng. Wir machen das mit den Schmerzen. Ich bin ganz ehrlich, mit einem Sniper. Die Spreng. Wir machen die Spreng. Keiner. Wir machen die Spreng. Der Battler über die Spreng. Wir können sie auf den Barsch machen. Wir haben da aufgekriegt. Oben auf dem Dach! Oben auf dem Dach! Ich war nicht bei dir. Was ist denn ein 1-1? Höch! Naja... Naja...